In diesem Video versuchen Harnik und ich vor einem Monster wegzurennen, was dich beobachtet, lauert und auf den richtigen Moment wartet. Sein Name lautet... Wir müssen zwei Herausforderungen schaffen. Die erste ist, eine vollständige Eisenrüstung herzustellen. Und die zweite ist, ein Haus zu bauen in der Höhle. Da dieses Monster nur in Höhlen vorkommt, haben wir eine Kernregel festgelegt. Betreten wir einmal eine Höhle, dürfen wir nie wieder raus. Josef! Josef, was geht, mein Kleid? Ich hab ein halbes Herz, kein Essen und kein... Halbes Herz? Könnten wir vielleicht aufs Festland gehen? Hier glaube ich auf einer Insel. Lass mal da rüber gehen, zu den gruseligen Spinnenaugen. Kann man den Dweller bekämpfen, ne? Ja, man kann ihn bekämpfen, ne? Ne, oder? Jetzt ist nur die Frage, wie zur Hölle bekommen wir Essen? Hier sind die ganze Zeit keine Tieres. Wie so meine Fackel leuchten? Wo ist der Cheeseburgerbaum hier in dem Wald? Leuchtet es bei dir, während ich das in der Hand hab? Dir auch mal eine hier. Das ist ein Kuh! Was, wo? Hier ist auch eine Kuh! Ja, mach mal hier Ofen kurz. Ich muss kurz das Fleisch braten. Digga, das ist nicht Fortnite. Okay, hier. Jetzt gib mir doch mal was Essen. Ey, Junge! Warte mal, hier ist Kohle, Kohle, Kohle. Hier ist auch noch Kohl. Was? Bro. Oh mein Gott, hinter dir! Nein! Oh mein Gott, ich bin allein! Bro, komm mal bitte in die Höhle kurz. Halt dich bei dir krass? Ja, du heisst krass. Ja, du heisst krass. Warte mal, du hast ja gerade gerührt. Warte, ich krieg mal was. Lass mal hier weiter ins Inland. Wie du? Du hast ja so... Oh, warte mal, ist hier das Pilzenbein. Wir können Pilze nehmen! Ja! Juan! Ja, dann lass uns jetzt mal richtig vorbereiten. Jetzt klauen wir mal hier so ein paar Bäume. Wir müssen auch unbedingt Essen mitnehmen. Aber weißt du, was wir auch machen könnten? Wir könnten uns noch auf die Suche zu einem Dorf machen. Ja, lass uns ein Dorf suchen. Das ist ein good call. Ja! Wir haben Dorf. Let's go. Sogar mit Pumpkin. Wir können Pumpkin Pie machen. Pumpkin Pie! Ich joinke direkt mal ein Bett. Dann haben wir auch noch ein Bett für dich. Digga, aber warum heilt das, wenn du in einem Haus bist? Hallo? Und wir haben hier so direkt Wasser. Wir haben hier noch Essenfeld. Ich klau deren Bett. Das ist einfach... Oh! So Eisen? Nee, aber ich besorg's mir jetzt. Hört in der Höhle. Meine Axt ist kaputt. Eigentlich müsste eine Spitzhacke viel mehr Schaden machen an einem Eisengolem. Sollen wir hier vielleicht einmal kurz schlafen gehen wegen den Zombies? Ja, das ist echt. So, warte mal. Da ist ein Zombie hinter dir. Eine Blume! Hey, warte! Hey! Wir müssen die Glocke mitnehmen. Die ist wichtig. Damit die Leute, die abonnieren, auch eine Benachrichtigung bekommen? Ja, natürlich. Dafür soll die Glocke da sein. Abonniert jetzt! Ja, genau jetzt! Und guckt auf meinem Kanal vorbei. Da könnt ihr auch abonnieren. Oh mein Gott! So viele YouTube-Benachrichtigungen! So, aber ich mach mir eine Eisenpicke. Weißt du, was ich auch mach? Ich klau die Fackeln hier aus dem Dorf. Oh, smart! Hast du dir ein Schwert gemacht aus dem Iron? Ja! Warum keine Spitzhacke? Hab ich doch. Ich hab was ultra Geiles hier gefunden, was ich dir extra nicht gesagt hab. Damit die Zuschauer dranbleiben. So, für unser Haus zum Dekorieren hab ich was richtig Geiles gefunden. Vertraut mir, Leute. Wenn ich mich dran erinnere, komm später im Video noch. Aber die Frage ist, wachsen Bäume unter der Erde? Mit Licht. Okay, also... Wir werden... Nicht angucken! Du hast ihn angeguckt. Enderperle! Der wertvollste Block, den wir jemals bekommen werden. Einen Grasblock. Hey, hey, hey. Ja, bitte? Du bist ein Hund. So, lass mal jetzt in der Höhle. Mein Inventar ist voll. Lass los jetzt. Jetzt wird's ernst. Sollen wir wirklich in die Höhle? Aber du weißt, wenn wir einmal drin sind, gibt's keinen Weg zurück. Let's go! Lass uns ne Höhle finden! Weißt du, warum du auch einfach in der dümmste Dumpfbacken-Dumjan-Dumpfbacken-Dumpf bist? Yo, bist du Hahnling? Echt? Ja, wir können später ein Foto machen. Du hast kein Iron Bucket gecraftet. Der Grund, warum wir ins Dorf gekommen sind. Scheiß auf Wasser, wir finden Wasser unten und Grund. Ja, komm, lass jetzt abbauen. Wir gehen jetzt in die Höhle. Hier ist direkt deine. Warte, warte, komm mal hier rein, komm mal hier rein. Jetzt für die ganzen Auto-Nerds machen wir jetzt, hören wir uns jetzt hier einmal einen Auto-Sound an. Warte. Hat das wirklich geheilt? Okay, suchen wir ne Höhle. Okay, Uro, ich hab ne Idee, wie wir jetzt ne gute Höhle finden. Was denn? Drück mal T, ja? Und dann gib jetzt mal Slash-OP-Hahn-Link ein. OP, tu it. Nein. Okay, Hans-Link, nicht Hubert. Ab in die Höhle. Egal, das ist so dunkel da drin. Ja, das stimmt. Hast du die Balls? Warte mal. Hast du die Balls? Warte, bleib, 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 bleib. Oh mein Gott. Wir werden jetzt als allererstes Iron uns nur suchen. Du hast ne Pfeile mit deinem Kopf. Dreh dich mal um. Klo, 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 Klo. Ich erlöse dich von deinem Leid. Irgendwie geht's mir nicht so gut. Also, wir müssen, wir machen uns jetzt direkt ein Schild. Also, die Leute entscheiden. Links ist, wenn sie das Video liken und rechts ist, wenn sie abonnieren. Drei, zwei, eins. Oh, sie haben alle abonniert. Let's go. Aber Kero, die können das doch im Nachhinein gar nicht mehr beeinflussen. Das Video haben wir doch schon vor ein paar Tagen gedreht. Was denn? Die Cave Souls, Digga, es ist real. Es geht los. Guck mal, guck mal. Bleib mal hier stehen. Wee. Wee. Okay, und was genau soll das jetzt bringen, dass du deine Spitzhack da runtergeworfen hast? Packel, wir Affen, Bro. Ich hab zum Glück hier noch so eine. Danke. Ey, da unten. Das ist so creepy, Mann. Das ist Iron. Okay, lass direkt das Schild bauen. Direkt das Schild bauen. Weißt du, was wir machen? Wir drehen uns nicht um. Warte mal, wenn wir ihn angucken, interagiert er dann trotzdem mit uns? Der ist der Dreller? Wenn wir ihn anschauen, dann interagiert er erst. Ich lass mal hier runter zum Beispiel, weil hier ist so dieses Ding da, wo diese Arzlöffel zum Beispiel chillen. Warte kurz, warte kurz. Lass mal eben schnell ein Schild machen. Ich hab zwei Dinger da reingemacht. Ich bin gerade Realtalk. Realtalk, ich bin gerade richtig in der Mitte. Oh Gott. Warum sind hier Fledermäuse? Mich zittert's, Bro. Hau ab. Ich sag's dir, ich call's dir, ne? Wenn da so ein Dreller mich erschreckt, ich werd mich direkt auslocken. Realtalk, ich werd Escape, Disconnect machen. Da hinten ist meine Spitzhacke. Da kämpft jetzt so der Dweller einfach. Das muss ja eine Falle hier sein. Die du dir selber geste... Da hinten ist der Dweller. Da hinten ist der Dweller. Da hinten ist der Dweller. Wo? Da hinten war der Dweller. Hier, 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 wo ich hingucke. Da war der Dweller. Der ist da lang gekrabbelt. Geht der auch wieder weg dann? Ja, ja, der geht weg. Der ist übelst creepy, Mann. Oh mein Gott, ey. Verstehst du jetzt, warum ich das überhaupt nicht alleine machen wollte? Ich hab Realtalk. Der ist halt hier ungefähr gewesen, wo wir gerade standen, ne? Ich hab überhaupt kein gutes Gefühl gerade. Ich hab drei Iron, by the way, gerade. Wie viel hast du? Sechs. Wenn wir beide full Iron werden wollen, dann müssen wir unglaublich viel Iron bekommen. Aber diese Cave-Sounds machen mich so nervös. Es ist unglaublich. Ey, Bro, ich hab so Angst gerade, ne? Oh Gott, was ist das? Ah, ah, da unten ist er. Oh mein Gott, er kommt. Ist weg, ist weg, ist weg. Kirol, lass du hin. Bau dich hoch, bau dich hoch, bau dich hoch. Ich hab mich eingebaut. Kirol, äh, ich komm irgendwo. Er ist weg. Ich glaub, er ist weg. Ist er weg? Ich glaub, er ist weg. Nee, ich höre ihn aber. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Ich spür ihn. Guck, guck mal irgendwo nach oben. Ich bau mich ein einfach, ich bau mich ein. Lass mich rein. Ah! Okay, okay. Oh, leck meine Eier. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Leck meine Eier? Du bist ein Huhn. Ah! Bro, das, also ich schwör gerade, ich schwör gerade auf alles. Das war so creepy. Guck mal her, guck mal her. Du hast ja, du hast in Furniture schon im Inventar, oder? Richtig. Lass mal ein bisschen Eisen braten. Hast du Steak im Inventar? Ich hab gar nichts. Hier, hier ist Essen. Bro, ich hab so miese Paranoia gerade. Soll ich mir eine Iron Pig bauen? Ja, mach. Brauchst du dich hoch, tu 31. Ich hab, ich hab, ich hab so heftige Paranoia gerade, Mann. Ich hab Wasser. Haben wir viel Iron haben wir jetzt? Wenn das fertig gebraten ist, müssten wir etwas über 20 haben, ja. Dann lass uns mal Eisenbrustplatten machen. Let's go. Hey, da ist ein Axto. Oh, da ist ein Axto. Juhu. Nimm das mit. Nimm das mit. Du hast doch den Eimer. Ich nenn ihn Freddy. Ich hab Freddy. Juhu. Let's go. Er begleitet uns jetzt. Wenn ich sterben sollte, will ich nicht mehr leben. Ja, komm, lass mal jetzt tiefer in die Höhle. Wir suchen jetzt was richtig krasses. Hier lang? Oh mein Gott, hier geht... Oh mein Gott. Warte mal, warte mal. Hörst du das? Was denn? Har, 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 har. Aber, aber, warte, warte. Hörst du das? Hast du das gehört? Ah ja. Ja, das find ich auch so. Digga, also jetzt reicht's mir langsam. Diese Gänge so... Oh Gott, Alter. Ich dachte, da oben wäre der Driller. Digga, das war wieder so ein Lichtding. Oh Digga, ich hab... Ah, 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 ah. Der ist hier... Kiro, Kiro, Kiro. Der ist abgehauen. Der greift uns nicht an. Der ist abgehauen. Aber ich hab ihn auch gesehen. Ich hab gerade mitbekommen, wie wir uns nicht koordiniert haben. Wir müssen einander folgen. Okay, also Call... Call ist einfach hochbauen. Weißt du, was ich mache, wenn der Driller kommt? Erzähl's mir. Ja? Moment. Ich mach's so. Oh, what the fuck? Ey, Kiro, das klang grad zu weit weg. Das war grad zu weit weg. Warum sind wir so getrennt voneinander? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Geh, ohl mal dir, du Blindfisch. Hinter dir ist ein Zombie, Mann. Ja, aber ich hab'n Dir-Schwert, denn ich bin ein Dir-Wert. Wie lange kann man brauchen, Full-Irons? Oh! Jede... Jede 40-jährige Mutter jemals... Ich hab'n Helm! Du bist Full-Iron! Ich bin Full-Iron! Er macht's. Er tut's. Ich mach's. Ich mach's. Let's um Guck! Oh mein Gott! Challenge 1! Fertig! Wir müssen aber ne schöne Location für unser Haus bauen. Lass uns jetzt mal auf Suche gehen nach ne schönen Location für unser Haus. Weil ich kann diese Höhle ja nicht mehr sehen, Rito. Wollen wir da unten hin und für unser Haus? Da unten? Ähm, wo unten? Ja. Ja? Was ist eigentlich mit Freddy? Da hinten! Was? Wo? Da hinten ist er? Nein, 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 nein. Da ist ein Minenschacht, mein ich. Ja, hier, komm mit. Da ist ein Minenschacht. Das wär cool. Ja, hier, irgendwo hab ich Holz gesehen. Ja, ja, da hinten. Jetzt, ey. Sie ist auch. Ah, guck mal. Ja, dann lass da mal hin. Weißt du, was Problem ist? Hier ist's da so ganz cool für ein bisschen Base und zwar bis auch ultra creepy. Namedick! Let's go! Wir können deinen Freund da benennen. Diamanten! Diamanten! Digga, ich find die ganze Zeit Diamanten. Let's go, wir können's, äh... Ja, okay, dann lass uns hier bauen, würde ich sagen, oder? Ja, selten. Hier haben wir sogar schon direkt einen Boden drin. Ja, deswegen, das können wir hier so ein bisschen ausdingsen. Ja, was ich als allererstes jetzt mache, ist erstmal eine Kiste, weil das ist übel. Warum kein Fass? Weil ich meinen Müll in der Kiste ablade. Ich baue mit Dark Oak hier einmal eins, zwei, drei, vier. Lass uns das nicht zu groß machen, das Haus. Nicht, dass wir am Ende kein Material mehr haben. Guck mal, das ist doch cool. Das ist süß hier so. Und dann... Wir müssen jetzt richtig schnell ein Haus bauen, damit das sicher ist vor dem Dreller. Wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Das Haus ist halt unsere Sicherheit hier unten. Da können wir immer rein, wenn alles verschlossen ist, der spawnt nicht hier drin. Aber wenn wir es nicht schaffen, jetzt rechtzeitig hier das Haus zu bauen, dann sind wir am Arsch. Was machen wir denn als Decke? Ich habe nur Cobble, Deep Slate. Ja, ich mache das damit. Ja, vor allem, wie schnell man einfach ein Haus baut, wenn man das zusammen da hinstellt, ne? Das ging so fix jetzt. Boah, schnell eine Tür. Ich weiß, ich habe uns die Jumpscare-Tür gebaut, Bro, wo man nicht durchgucken kann. Ich, Idiot. Nee, nee. Oh mein Gott. Ultimative Challenge jetzt. Wir haben das Haus fertig gemacht, also Challenge 2 eigentlich complete. Aber wir warten jetzt, bis er hier reinkommt und dann fetzen wir den sowas von weg. Das ist wie Five Nights at Freddy's jetzt eigentlich. Wir warten. Ja! Der Dreller ist hier. Der Dreller ist hier. Der Dreller ist hier. Ich gucke ihn an. Er rennt auf uns zu. Er kommt. Er kommt. Er nimmt ein Schild in die Off-Hand. Oh mein Gott. Komm her! Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Komm rein! Komm rein, Kiru! Komm rein! Der ist weggekrabbelt. Das war gerade so creepy. Aber wenn du jetzt mal hier von der Position guckst, unser Haus, und dann so, dass der Himmel so aus diesen Lianen oder was, diese Glow-Wanes da. Das ist, to be honest, sehr fisch. Ey, pass auf. Trickshot. Da oben ist er weiter! Komm ins Haus! Komm ins Haus! Guck mal, da oben ist er! Da oben ist er! Du musst ihn angucken. Oh, ein Creeper! Wo ist er? Wo ist er? Als ob er jetzt weg ist, Digga. Guck mal, wenn ich den Grasblock... Ich habe gerade den Grasblock irgendwie abgebaut, und dann war er immer noch ein Grasblock. Weird. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weg mit ihm! tune! Fett ihn, Fett ihn, Fett ihn! Nein! Khiro. Boah, hat mich getötet. Oh fπα been und dann hab ich mit ihm getötet. Kann man ja mal was? Kann man jetzt eigentlich endlich einen Screenshot machen? Ich bin ein größter Fun! Hallo, Landania. Warum brennst du jetzt? Okay, ich habe ein Bild gemacht. Der ist hier. Okay, jetzt aber. Greif ihn an. Ich blocke, ich blocke. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich blocke, ich blocke. Geh weg, greif an. Greif an, ich blocke. Du musst weggehen, sonst schlag ich doch wieder. Dich, du Tröckel. Ich blocke. Ich habe ihn gereicht. Ich habe ihn gereicht. Ja! Ja! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Abonniert Han Link. Link in der Videobeschreibung. Abonniert gerne mich. Das wäre richtig cool. Im letzten Video habe ich mit JT eine Challenge gemacht. Jedes Item, was gedroppt wurde, war random. Schaut euch das unbedingt an. War ein gutes Video, ja? Tschüss! Tschüss!